Projektentwicklungsrisiken finanzierungsartig sind ein hochkomplexes Thema, aber in dem aktuellen Niedrigzinsumfeld eröffnet man eben auch Probandanlegern und semi-professionellen Anlegern einen total interessanten Zugang zu doch noch relativ hochrentierlichen Produkten, nämlich dem Thema Projektentwicklungsfinanzierung über die Crowd. Und das ist Thema Wohnen und insbesondere auch preisgedämpftes Wohnen ein ganz großes, also das ist für uns total wichtig. Wir binden die Nachbarschaft ein, wir binden die Lokalpolitik ein und stellen uns als Entwickler mit unseren Interessen, mit unserer in Anführungszeichen Weisheit mal einen Ticken nach hinten, sondern sagen, das Volk im Sinne der Nachbarschaft soll in einem strukturierten Verfahren die Möglichkeit haben, das Stadtquartier mitzugestalten. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Tillmann will immer Lösungen, sagt eine Mitarbeiterin kurz vor dem Podcast. Tillmann Gartenmeier hat mit Cube Real Estate einen Projektentwickler mit zwei Milliarden Realisierungsvolumen aufgebaut. Denn der Schwabe findet meist eine Lösung. Die Expansion von Cube leitet er im vergangenen Jahr mit der Gründung von Niederlassungen in Hamburg und Frankfurt ein. Tillmann Gartenmeier ist kein Mann des Stillstandes und des Wartens. Da beispielsweise Kompetenz zum Energiekontrakt, den bei jedem Projekt gebraucht wird, gründete er genau dazu ein Tochterunternehmen. Im Podcast spricht er außerdem über Eigenkapitalersatz, über Crowdfunding, darüber, was Kirchturmpolitik und zwei Stunden Fahrzeit miteinander zu tun haben, wie er ideale Werte für sein Unternehmen übersetzt, darüber, was experimentelles Wohnen ist und wo er auf jeden Fall eine Niederlassung haben möchte. Viel Spaß beim Hören und nicht vergessen. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es jederzeit auf immocom.com und natürlich in unseren Podcasts. Ich bin heute in Leverkusen und mir gegenüber sitzt Tillmann Gartenmeier von Cube Real Estate. Und wir schauen hier bei strahlendem Sonnenschein auf eine sehr, sehr herrliche Dachterrasse. Um uns herum ist eine riesige Baustelle, das Büro ist aber schon fertig. In was für einem Projekt von euch sitzen wir hier? Erzähl mal ein bisschen. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen nochmal in Leverkusen. Da lebt man, glaube ich, auch nicht jeden Tag. Wir sind heute in unserem Büro, den Cube Offices 574, wie sie heißen. Der erste Bauhausstift unseres großen Quartiers in Leverkusen und gucken jetzt auf unsere Quartiersentwicklung Cube Factory 577, die jetzt gerade so zur Hälfte im Rohbau steht. Das sind Bestandsgebäude? Tatsächlich stand auf dem ganzen Grundstück mal eine riesige Halle drauf. Es war ein altes Bahnausbesserungswerk. Das haben wir zu Großteil abgerissen. Rechts sieht man noch so eine Bestandshalle. Da wollen wir mal unseren neuen Unternehmenssitz für ab 2024 realisieren. Der Rest werden Projektentwicklungen, die wir dann irgendwann auch verkaufen werden. Ah, okay. An den Zäunen, an den Bauzäunen, stehen so Worte wie Zukunft, Transparenz, Vision, Zuverlässigkeit direkt da vor unserer Nase. Genau. Steht das für Cube? Ja, definitiv. Zumindest sagen wir es. Wir versuchen es zu leben. Okay. Das Jahr 2020, alle ächzen unter der Pandemie. Wenn man die Veröffentlichung von euch liest, lief das ja optimal. Ihr habt ganz, ganz viele Projekte angekauft. Ihr habt Standorte in Frankfurt und Hamburg eröffnet. Trügt das oder ist es wirklich für euch alles schön? Ob es trügt, kann ich gar nicht so beantworten. Ich glaube, man muss es ein bisschen differenziert sehen. Es gibt ja eine Außenwahrnehmung, es gibt eine Innenwahrnehmung. Und auch die Worte, um darauf zurückzukommen, das sind Dinge, die wir leben wollen. Das klappt mit Sicherheit nicht in jedem Moment im Alltag. Und so ist auch in der Wahrnehmung, was das Thema Presse, Schrägstrich neue Projekte in der Presse angeht, da sind natürlich auch ein paar Projekte aus der Vorzeit gewesen, das heißt aus 2019, die irgendwie ein bisschen länger im Ankauf gebraucht haben oder die nicht veröffentlicht werden durften. Aber ich glaube, man kann sagen oder wir würden sagen, dass wir trotz der aktuellen Situation oder trotz dieses umtriebigen und turbulenten Jahres uns doch sehr gut gewappnet sehen und ich glaube auch ziemlich gut bislang durchgekommen sind. Ihr habt in diesem Jahr in Bremen ein Grundstück erworben, 6.000 Quadratmeter, relativ zentral. Was soll dort entstehen? In Bremen am Hauptbahnhof soll entstehen. Es ist tatsächlich wirklich ein Gleis 1 des Bremen am Hauptbahnhof. Da sind wir auch relativ stolz, weil es sozusagen eigentlich für uns das Tor zumindest der Bahnwelt nach Bremen ist und damit auch ein relativ visibles Projekt werden wird. Und da sollen entstehen einige Apartments, ein kleiner Teil Gewerbeflächen, gerade im EGE-Bereich mit vielleicht Lebensmittler und Gastronomie und da sind wir gerade noch in Überlegungen, ein Short-Stay-Konzept, das heißt irgendeine Art betriebenes Konzept in den Reihen, Wohnapartments. Okay, okay. Der Noten hat es euch ja so ein bisschen angetan, weil Hamburg, habe ich ja schon gesagt, warum der Noten? Und gibt es noch andere Städte als Hamburg und Bremen, auf die ihr so ein bisschen schaut? Total. Also zum Norden muss man sagen, Afeln, Hamburg, total genial. Also ich bin geboren in der Nähe von Stuttgart, im Schwabenland, habe in der Nähe von Frankfurt studiert und lebe jetzt seit knappen acht Jahren in Köln. Ich mag das Rheinland gerne. Ich muss aber auch sagen, ich finde Hamburg ist eine der schönsten deutschen Städte, die ich, oder meiner Meinung nach, und ich finde aber die Ecke genial. Und gerade das Maritime und der Zugang zum Meer auch, das hat es mir total angetan. Wir haben seit Beginn unserer Firmengeschichte öfter schon mal das ein oder andere Grundstück in Hamburg angeschaut, haben dann aber irgendwann die Entscheidung getroffen zu sagen, wir wollen immer maximal zwei Stunden Fahrentfernung von unseren Projekten entfernt sein, also Autofahrentfernung im Prinzip, weil wir ansonsten nicht das Gefühl haben, das Projekt wirklich in der Hand zu haben und Herr der Lage zu sein. Und damit sind eigentlich Projekte vor einigen Jahren in Hamburg immer ausgeschieden oder gesagt, der Weg ist zu weit von uns, um mich dann hier auszusteuern. Trotzdem wollten wir irgendwann mal tätig werden und das ging dann für uns über das Thema Standortkonzept. Das heißt, wir haben uns überlegt, dass wir Leute finden, die unsere Werte auch widerspiegeln und die für uns als Geschäftsführer vor Ort und auch als, ich sage mal, Unternehmer vor Ort sozusagen im Konzern oder im Unternehmen im Universum Cube agieren und so einen Standort von sich aus aufbauen. Sehr eigensinnig, aber mit viel irgendwo Eigenverantwortung. Und damit haben wir letztes Jahr zum Glück erfolgreich beginnen können. Einmal in Hamburg eben mit dem Standort Nord und einmal in Frankfurt mit dem Standort Mitte, wie er bei uns heißt. Und der Nordenweg ist total spannend. Dass Bremen jetzt zuerst geworden ist, hätten wir nicht gedacht, waren aber trotzdem begeistert, weil Bremen, fairerweise kannte ich, noch viel weniger als Hamburg. War aber auch angetan von Stadt, von irgendwo dem Flair vor Ort und auch der Luft, die man da irgendwie schnuppert. Und um auf die Frage nochmal zurückzukommen, welche Städte noch? Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Städten, irgendwie auch diese kleineren Städte um Hamburger herum, die total spannend sind für uns, gerade aus dem Aspekt auch kleinträgliches Wohnen oder schnittländisches Wohnen. Eine Eröffnung eines Hamburger Standortes ist ja jetzt nicht so wild. Das machen sicherlich ganz viele, weil Hamburg erstens eine schöne Stadt ist und zweitens auch für die Branche ja eine sehr reizvolle Stadt. Was mich viel mehr erstaunt hat, ist die Personalie dahinter. Karl von Stecho, Gründer von Zinsland, ausgewiesener Finanzexperte, ist auch Vorstand im Verein German PropTech. Wie kommt es denn dazu? Sehr gute Frage. Also erstmal muss man, glaube ich, sagen, ist Fritze, wie er sich selbst nennt. Deswegen dürfen wir ihn auch so nennen, eine total tolle Persönlichkeit. Also ich glaube, das ist die Art von Mensch, mit der sie einfach, oder mit der du und wir auch als Cube total gern zusammenarbeiten wollen. Ich kenne Fritze schon länger tatsächlich aus seiner Zinslandzeit noch, weil wir auch ein Projekt mit ihm gemeinsam finanziert haben. Tatsächlich, dass das hinter dir steht, nämlich das Rote in Frankfurt. Das ist auch unter anderem Crowd gefunden worden durch Zinsland vor einigen Jahren. Fritze selbst habe ich, glaube ich, kennengelernt zu 15. Also wir kennen uns schon seit ein paar Tagen mehr. Ich glaube, man kann ihm auch zurecht anhängen, dass er eine sehr umtriebige Persönlichkeit ist und irgendwo Kontakte sucht. Unser neuer Geschäftsführer für den Bereich Finanzen, Bernd Hütter, der jetzt seit etwa einem Jahr bei uns ist, kennt ihn auch schon seit einiger Zeit. Und die sind, ich glaube, sogar noch länger als wir zwei in einem guten Austausch gewesen. Und wir haben irgendwann überlegt, wen können wir für Hamburg nehmen, wo wir jetzt mit dem Head-Anteil irgendwo relativ neutral an das Thema rangehen. Kennen wir aus dem Netzwerk, Leute. Und dann sagte Bernd damals, ich glaube, wir saßen abends zusammen, was ist das eigentlich mit Fritze? Und ich wäre da nie drauf gekommen, weil ich genauso wie du auch gedacht hätte, der ist für mich vor Ort gewesen im Thema Crowdfunding und irgendwo digitale Gründungsmodelle und nicht im Thema Projektentwicklung. Und dann haben wir überlegt und gesagt, eigentlich suchen wir einen Mensch, einen Typ und nicht irgendwo eine Funktion. Und deswegen war uns das immer wichtiger, einen Charakter da sitzen zu haben, als jemand, der vielleicht fünf Universitätstitel hat und Projektentwicklung seit jenen Jahren betreibt und das wirklich in Anführungszeichen inhaltlich drauf hat. Und dann uns war immer wichtiger, dass der Typ im Sinne von Verlässlichkeit, Werte und den Passend zu uns irgendwo harmoniert. Und da war sehr schnell irgendwo ein Haken dran. Also ihr seid da, habt ihn angerufen, habt gesagt, ey, hast du Lust? Und dann hat er gesagt, ich überlege mal kurz und ja. Fast. Er hat gesagt, ich überlege mal kurz. Dann kam, glaube ich, von ihm eine Mail mit ein paar Gedankenskizzen. Dann war er gerade im Urlaub mit seiner Familie. Jetzt muss ich überlegen, wo. Auf einer Nordseeinsel war das. Dann sind Bernd und ich mal kurz da hochgefahren, haben ihn im Urlaub besucht. Dann saßen wir einen Abend zusammen und haben wirklich lange und intensiv diskutiert. Dann mussten wir wieder abreisen. Er durfte im Urlaub bleiben und ich glaube, wenige Wochen später haben wir unterschrieben. Oh, das ist ja eine schöne Geschichte. Total. Wenn wir jetzt einmal bei Zinsland waren, du hast ja auch gerade gesagt, ihr habt ja mehrere Projekte mit denen gemacht. Glaubst du, dass das ein Ersatz für die Banken ist? Wir reden ja jetzt viel in Corona-Zeiten davon, dass die Banken sehr restriktiv nur noch finanzieren. Ist das die Alternative? Ist das eine Alternative? Wie geht ihr damit um? Wir finden fairerweise das Thema Crowdfinanzierung einfach toll, weil es eine geniale Beimischung, eine geniale Ergänzung ist. Müsste ich einen Ticken weiter ausholen, unterbricht mich aber, wenn es zu verhielt wird. Tatsächlich, mit Zinsland haben wir übrigens nur ein Projekt gemacht, nämlich die Goldsteinstraße mit Zinsbaustein, die ja ein bisschen namensreich sind, haben einige Projekte gemacht. Zinsbaustein ist ja unter anderem mitgegründet von Sontowski Partner aus Deutschland, Erlangen-Nerke. Mit denen haben wir schon einige Projekte mehr gemacht und finden aber dieses Konzept von Crowdfinanzierung total toll, weil wir sagen immer, ich meine, unsere Projektgrößen wachsen zwar auch, aber sind aktuell noch am Niveau, wo man sagt, diese Finanzierungssummen von zwei bis vier Millionen pro Projekt, die machen bei uns nur irgendwo einen Anteil aus. Und das macht für uns Sinn, weil es einfach eine schöne Beimischung ist und für uns einfach eine Art EK-Ersatz oder Eigenkapitalersatz ist. Und das macht finanziell Sinn, das macht irgendwo als Finanzierungsbestandteil Sinn und wir versuchen das gerade sogar auszubauen, weil wir sagen, das ist vom Preis her super, das ist von der Beimischung in der Projektfinanzierung super. Und last but not least, und das ist vielleicht das Interessante, Projektentwicklungsrisiken finanzierungsweise sind ein hochkomplexes Thema, aber in dem aktuellen Niedrigzinsumfeld eröffnet man eben auch Privatanlegern und, ich sage mal, semi-professionellen Anlegern einen total interessanten Zugang zu doch noch relativ hochrentierlichen Produkten, nämlich dem Thema Projektentwicklungsfinanzierung über die Crowd. Okay. Apropos Investments. Ich habe ja ein bisschen vor dem Podcast gelesen, habe die Gartmeier Enterprises GmbH gefunden, die ein Holding-Fehikel für verschiedene Beteiligungen, unter anderem Cube auch ist. Und auf der Homepage wird aktiv nach Beteiligung gesucht. Startups, junge Unternehmen und es steht extra da, also erstens in der frühen Phase und zweitens kein Branchenfokus. Welche Beteiligung gibt es denn bereits und wie wählt man sowas aus? Wie findest du das? Ja, total gute Frage. Gartmeier Enterprises ist erstmal das Vehikel, das daraus entstanden, dass natürlich seit der Gründung von Cube gab es irgendwie ein Rechtsvehikel, das eben die Anteile der Cube hält und das ist bei mir die Gartmeier Enterprises. Schöner Name. Ja, total. Kommt übrigens aus einem Hollywood-Film irgendwie mal abends gehört und dachte mir, komm, das passt, kannst du deinen Namen auch vorschreiben vor das Enterprise und dann hört sich das cool an. Zum Glück sehe ich nicht so viele in der Website. Die Frage nach der Beteiligung ist echt eine witzige. Das war Idee, ist auch in Teilen so gekommen, aber nicht mit Startups, sondern es gibt die ein oder anderen Beteiligung, das sind aber tatsächlich Immobilienunternehmen oder ich sag mal Immobilienhaltevehikel. Alles, was in Richtung Startup-Beteiligung oder in Anführungszeichen Beteiligung an jungen Unternehmen passiert oder passiert ist und vor allem auch in Planung ist, läuft mittlerweile über die Cube und nicht über die Gartmeier Enterprises, weil wir immer oder weil ich immer so das Thema Interessenskonflikte hatte im Kontext, wenn ich mich als Privatperson über die Gartmeier Enterprises irgendwann beteilige an einer Firma, die vielleicht mit der Cube gemeinsam Geschäft macht oder irgendwo eine Art Beteiligung oder eine Art operative Verknüpfung hat, entstehen mit unseren Gesellschaften der Cube, die ja außer mir noch andere Personen beinhalten, sofort Interessenskonflikte. Dann haben wir irgendwann gesagt, das Thema pack mal woanders hin, nämlich in die Cube rein, machen es da reinrassig und vielleicht auch, du hast ja vorgefragt, warum Fritze von Stecho in Hamburg mit einer Person, die davon etwas mehr Ahnung hat als ich, um da mal vielleicht einen kleinen Link noch zu geben. Das heißt also, es gibt schon Beteiligungen, die sind aber vor allen Dingen in der Immobilienbranche angesiedelt? Genau, es sind eigentlich nur Dinge, auf die wir schauen, wo das Interesse drauf liegt, auf Immobilienunternehmen. Könntest du dir noch eine andere Branche vorstellen, die dir jetzt so direkt? Also vorstellen wir sicher ja, ob es realistisch ist, ich glaube eher nicht, weil generell beim Thema Startups und Unternehmen und gerade Investments habe ich ehrlich gesagt relativ wenig Ahnung. Das auch noch in einer anderen Branche, wird dann sehr schnell sehr mau. Bei Immobilienkontext haben wir halt den großen Vorteil, wir machen es im Alltag und wir können auch gerade im Bereich, wie soll er heißen, PropTechs, Context und so fort, zumindest unser Know-how, was wir aus dem Alltag haben, das heißt aus dem wirklichen Planen und Bauen, mit reingeben und da vielleicht irgendwo einen positiven inhaltlichen Wert noch einbringen. Das könnte ich, glaube ich, bei anderen Unternehmen nicht oder das könnten wir bei anderen Unternehmen nicht. Deswegen ist der Fokus tatsächlich, wenn überhaupt, sehr stark auf das Thema Immobilienuniversum als solches beschränkt. Okay, und holt ihr euch denn auch Input von den jungen Unternehmen? Total. Feldhoff hat vor, oder eine Feldhoff Tochter, hat vor, ich glaube, zwei Wochen ja so eine große Startup-Veranstaltung, zwei Tage lang für Immobilien, Black & Booster. Genau, Black & Booster, Immobiliennahe Unternehmen gehabt. Und da war gar nicht das Ansinnen für uns teilzunehmen nach dem Motto, finden wir Beteiligungen, sondern einfach finden wir Unternehmen, die uns coole Ideen liefern, wie wir unser Arbeiten verbessern können, digitalisieren können, vielleicht neue Ansätze finden. Und da war einer von uns tatsächlich, ich glaube, anderthalb Tage hat er versucht, teilzunehmen bei den doch sehr vielen Pitches, die da gelaufen sind. Und wir haben tatsächlich mit ein paar Unternehmen jetzt den Kontakt aufgenommen und gesagt, das sollten wir uns ein bisschen verfolgen, weil es klangspannend. Ah, okay. Und dann macht ihr Termine und schaut euch das an, lasst euch erklären, was die so wollen. Und überhaupt nicht in Richtung von, wollen wir uns beteiligen, können wir uns beteiligen, sondern bringt uns die Dienstleistung was, bringt uns die Idee was. Weil das Tolle ist ja, es ist, glaube ich, Fluch und Segen zugleich, wenn ich aus Gründen in der Immobilienbranche als, ich sage mal, junger, dynamischer Mensch, der irgendwas Digitales machen will oder irgendeine Effizienz heben will, weil ich kenne halt die Herausforderungen und teilweise auch diese, ich nenne es jetzt mal alten Verkrustungen in dieser Branche nicht und gehe total freigeistig da dran. Das ist zum einen Segen, zum anderen Fluch, weil es tatsächlich gewisse Strukturen, finde ich, immer noch gibt, die wahnsinnig schwierig aufzubrechen sind und wo es wahnsinnig schwierig ist, auch wirklich Dinge besser zu machen. Wir sind aber davon überzeugt, dass wir als Entwickler noch einige Schritte vor uns haben in puncto Digitalisierung und in puncto interne Prozesslandschaft. Und deswegen freuen wir uns immer total über externen Input und auch über so einen Tag, wo man mal neue Modelle hört. Apropos Verkrustung, perfekte Überleitung von dir zum nächsten Thema. Ihr habt im Juli vergangenen Jahres, glaube ich, also mitten in der Pandemie in Köln, in Bilderstöckchen, ein riesiges Areal gekauft. 40.000 Quadratmeter, das ist ja eine Prache, braucht man schon viel Vorstellung, um sich auszumalen, was da mal irgendwann passieren soll. Was soll denn da passieren? Da soll ein gemischt genutztes Quartier drauf kommen. Also im Prinzip das, was du hier drüben in der Cube Factory siehst, ein bisschen größer. Okay, das heißt also Studenten wohnen, Appartements, Offices, ein bisschen Hotel und ein bisschen wohnen oder nicht? Auf jeden Fall wohnen. Das ist, glaube ich, das ist ein total spannendes Grundstück, deswegen, weil zum einen wird es bei euch nicht ganz einfach und zum anderen ist es tatsächlich auch für uns, ich meine, wir sind immer noch ein junges Unternehmen, eine echte Größe, die da irgendwo jetzt liegt und hoffentlich entwickelt werden will, sagen wir es mal so. Und das ist Thema Wohnen und insbesondere auch preisgedämpftes Wohnen ein ganz großes, also das ist für uns total wichtig. Wir haben ja jetzt, ohne dass ich jetzt zu viel vom Thema komme, in Düsseldorf ein super spannendes Projekt gehabt, wo wir sehr eng mit der Nachbarschaft eine Art Werkstattverfahren gemacht haben, bei einem bestehenden Bebauungsplan. Und die Stadt uns damals gesagt hat, in Person Frau Zischke als Dezernentin, das Ergebnis, was aus diesem Prozess, aus dem Werkstattverfahren mit der Nachbarschaft rauskommt, das stellen wir euch ohne Bebauungsplanänderungsprozess vom Bebauungsplan frei. Haben sie gemacht. Wir haben dann kurze Zeit später, nachdem dieses Werkstattverfahren fertig war und ich meine, die Nachbarschaft war besagte Kiefernstraße. Das ist eine sehr aktive Nachbarschaft, die sehr eigene Interessen hat und die haben uns auch schon ganz schön durchgerüttelt, kann man sagen. Im Nachhinein würde ich wirklich sagen, im positiven Sinne. Aber worauf ich hinaus wollte, dieses Werkstattverfahren ist geendet in der Planung. Die Planung haben wir im Prinzip eingereicht, also als Bauf-Voranfrage. Und die Stadt hat, die Stadt Düsseldorf hat uns innerhalb von zwei Wochen diese Bauf-Voranfrage positiv beschieden zurückgegeben. Zwei Wochen. Zwei Wochen. Zwei Wochen. Und da waren wir an so vielen Punkten so positiv überrascht von dem Prozess, von der Stadt, von der Geschwindigkeit und von der Dynamik. Und wir sind von der Baumasse deutlich nach oben abgewichen, was der Bauungsplan sagte. Haben dafür einige Dinge mit in die Planung aufgenommen und verpflichtend mit eingeplant, wie Ateliers, gefördertes Wohnen, experimentelles Wohnen, wie es aktuell heißt. Was ist denn experimentelles Wohnen? Sehr breiter Begriff. Das ist im Prinzip der Begriff für Wohngemeinschaften, ich formuliere es mal vorsichtig, Menschen, die gemeinsam ihr Wohnen und Leben gestalten wollen. A, im Punkto, ich baue meine Wohnung zum Teil wirklich selbst aus, streiche die, baue sie selbst aus und gestalte sie von Grundrissen selbst. Und B, habt, glaube ich, eine etwas liberalere Vorstellung, wie Wohnen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten aussieht. Das heißt, verschiedene Menschen, verschiedene Altersgruppen komplett in einer Wohngemeinschaft zusammen. Also wie so eine Kommune? Das wäre, glaube ich, der alte Begriff. Experimentelles Wohnen ist der neue Begriff. Okay, verstanden. Haben wir auch gelernt. Ist aber deswegen total interessant, weil war da gefordert, ist da gefordert. Haben wir uns auch darauf eingelassen. Und im Gegenzug dazu, dass wir da mitgegangen sind, hat die Stadt gesagt, alles klar, wir stellen euch das frei, die Abweichung, die ihr braucht. Und so haben wir es geschafft, wirtschaftlich auf die Wünsche der Nachbarschaft einzugehen und trotzdem ein wirtschaftliches Projekt auf dem Papier hinzukreieren. Das hat uns so baff gemacht, dass wir gesagt haben, machen wir nochmal im Grundstück nebendran, B8-Center ein bisschen größer, wo man es gerade genau das gleiche tut mit der Stadt. Haben wir letzte Woche die Zustimmung der Bezirksvertretung bekommen, also die Zustimmung zu dem Vorhaben an sich, zu dem Werkstattvorhaben. Und jetzt nochmal zurück zum Grundstück in Köln. Genau gleiches haben wir davor. Nämlich, dass wir sagen, wir binden die Nachbarschaft ein, wir binden die Lokalpolitik ein und stellen uns als Entwickler mit unseren Interessen, mit unserer, in Anführungszeichen, Weisheit mal einen Ticken nach hinten, sondern sagen, das Volk im Sinne der Nachbarschaft soll in einem strukturierten Verfahren die Möglichkeit haben, das Stadtquartier mitzugestalten. Natürlich muss es wirtschaftliche Rahmenbedingungen geben, natürlich sind wir auch Zahlenunterleger am Ende des Tages. Aber wir wollen es hier möglich machen, dass auch Politik und Nachbarschaft mit kreiert, mitwirkt und dass wir am Ende des Tages also auch wieder hier ein Quartier schaffen können von der Konzeption, was tatsächlich durch die Nachbarn und die nähere Umgebung mitentwickelt, mitbestimmt worden ist. Ihr habt jetzt ein Realisierungsvolumen bei Cube von ungefähr? Es sind knappe zwei Milliarden, wenn man es mal, wie es der andere Entwickler jetzt zumindest mal auf Papier gerne tut und wir auch mal ausgerechnet haben, alles summiert, was im nächsten Jahr mal so theoretisch Verkaufsvolumen bezogen entstehen könnte. Okay, und wie viele Mitarbeiter sind in den einzelnen Standorten und hier, also insgesamt? Ja, wir sind insgesamt jetzt aktuell, ich glaube, zum ersten vierten 74 Personen. Okay, jetzt ist ja aber Köln nicht Düsseldorf und das ist ein Riesenprojekt, wenn da jetzt, also beim Bürgerdialog, Beteiligung kann auch immer mal was schief gehen. Es kann sich über Jahre, Jahrzehnte, bin ich jetzt mal ganz pessimistisch, kann sich das hinziehen. Du hast aber da trotzdem keine Angst davor, du gehst da frohen Mutes rein, hast keine Angst vor Steinen, die im Weg liegen. Ich formuliere es mal so, ein Großteil unserer Historie, unserer Geschichte beruht darauf, dass wir einen gesunden Optimismus an den Tag gelegt haben. Also gesund dahingehend, dass wir uns nie irgendwas schön gerechnet haben oder irgendwas gewünscht haben, in Anführungszeichen. Aber, dass wir natürlich an gewisse Sachen geglaubt haben und wir durch, ich glaube, auch Überzeugung und auch, in Anführungszeichen, eine Art gewollte Dynamik Sachen auch angeschoben bekommen haben. Und so ist es da auch. Muss man ergänzend sagen, das Grundstück haben wir auch so, in Anführungszeichen, günstig kaufen können, dass es uns nicht wehtut, wenn es mal einen Tag länger oder ein Jahr länger Überentwicklungszeit braucht. Das heißt, natürlich zahlen wir Zinsen und Finanzierungskosten irgendwo, aber das ist in so einem Rahmen, wo wir auch Zeit haben, das Grundstück zu entwickeln. Und ich kann dir gar nicht genau sagen, was die Planung aussieht, aber wir gehen, glaube ich, nicht davon aus, dass wir vor fünf Jahren hier einen rechtskräftigen Überbauungsplan haben. Und wenn es sechs Jahre werden, ist es auch nicht schlimm, muss man vorsichtig zu sagen. Uns geht es wirklich um den Inhalt da und die Qualität und um auch, in Anführungszeichen, das Ergebnis, ob das jetzt einen Tag früher oder später fällig ist, das soll da keine Rolle spielen. Okay. Optimismus ist ja auch, also Frankfurt am Main, die zweite Niederlassung, die ihr gegründet habt. Das ist ja dann auch ein sehr, sehr heißer, umkämpfter Markt. Warum denn, um Gottes Willen, Frankfurt? Geht das jetzt mit der, ist eine wunderschöne Stadt nicht ganz so? Ja, wenn man Hochräuser mag. Ich war letztendlich noch, also unser Geschäftsführer vor Ort, Sven Seip, übrigens auch ein total toller Typ, ganz anderer Charakter als Fritze von Stecho, aber auch ein wirklich klasse, klasse Typ und ein begnadeter Entwickler, wenn man so will, hat den Marienturm als führende Projektleiter damals in der Relation gehabt und ich stand damals auf dem Marienturm mit ihm. Ich glaube, es war Ende 18. Und das war einfach auch immer wieder beeindruckend. Also ich meine, bis wir ein Hochhaus bauen in der Größenordnung, wird es in Zweifel noch ein bisschen dauern. Aber das war so, das ist das Gefühl, was wir hatten. Wir fanden Frankfurt und ich fand Frankfurt auch schon immer toll, weil ich habe da studiert, zumindest in Rheingau und war regelmäßig öfter in Frankfurt als in Rheingau und finde die Stadt aber klasse und bin immer wieder beeindruckt von dieser, ich sage mal Urbanität, wie gerade diese Hochhäuser ausmachen, die irgendwie diese moderne, ich sage es mal jetzt überschwänglich Finanzmetropole irgendwo ausstrahlt. und deswegen finden wir den Standort an sich toll. Du hast aber vollkommen recht, das spüren wir auch. Der Markt ist schon nicht ganz unumkämpft. Trotzdem haben wir es geschafft, das kleine rote Haus zu entwickeln und damals eben auch anzukaufen. Das ist ja aber schon fertig, richtig? Das ist fertig geworden, ja. Ich glaube, vor nicht ganz zwei Monaten. 20 Stellung, 30.11.2020 steht auf dem Schild. Ja, Mängel, Beseitigung und Co. Also es ist übergeben worden an den Käufer, sagen wir es mal so, Anfang dieses Jahr. Und das ist ein Hotel? Nein, das ist ein Schildwohnheim. Achso, schon gut. Also es ist, sorry, es ist ein Apartmentwohnheim. Für Studenten und junge Berufstätige und Singles. Okay. Habt ihr jetzt noch Projekte im Ankauf? Ja, und ich hoffe... Oder neue Projekte? Ich hoffe, dass wir nicht ganz unweit auch von dem Haus den nächsten Mal was Neues ankaufen können. Fairerweise muss man auch sagen, für uns war Frankfurt aber auch nie nur begrenzt auf Frankfurt, sondern Städte wie Mainz und Wiesbaden standen im Fokus. Drumrum. Und wir haben immer gesagt, weil Frankfurt ist, wenn man schnell fährt, schafft man Frankfurt in zwei Stunden. Also es würde noch in unsere Kirchturmpolitik passen. Von hier aus, Frankfurt ist für uns so ein bisschen der erste Schritt in Richtung Süden. Also Mannheim, Heidelberg, das ist von Frankfurt aus dann irgendwo auch ansteuerbar. Okay. Was ihr auch 2020 gemacht habt, also ihr habt wirklich viel gemacht. Ihr habt eine Cube Easy E gegründet. Eine Tochtergesellschaft, die sich mit dem allseits beliebten Thema Nachhaltigkeit ja irgendwie so grob beschäftigt. Also E für Nachhaltigkeit sozusagen. Was macht dieses Unternehmen und warum brauchst du das? Ja, gute Frage. Kann ich dir aber ganz genau sagen, Easy E steht für Easy Energy, also E steht für Energie. Energie und das Erste, also Nachhaltigkeit und alle Buzzwords stehen natürlich auch dahinter. Das eigentliche Geschäftsmodell ist aber wirklich Energie Contracting. Und wir haben früher bei unseren Häusern immer das Energie Contracting außer Haus gegeben. Wir haben keine Ahnung davon und als Entwickler haben wir schon so viele Themen und so viel Komplexität. Wir müssen uns nicht auch noch um das Thema Wärmerzeugung und irgendwo Vertragswesen drumherum und so fortkümmern. Also hatten wir immer Energie Contractoren, denen wir sozusagen die Heizungsanlagen und die Wärmerzeugungsanlagen dann gegeben haben. Und irgendwie, irgendwann haben wir mal jemanden kennengelernt, der das bei einer anderen Firma gemacht hat. Nämlich das Energie Contracting-Thema aufgebaut bei einem Kölner Entwickler. Und sind mit dem eben ins Gespräch gekommen und fanden dann irgendwann dieses Geschäftsmodell total spannend aus zwei Gründen. Weil A, haben wir es verstanden und festgestellt, wie es halt so oft ist, es ist gar nicht so komplex, wenn man es mal durchblickt hat. Und zum Zweiten ist das für uns so der erste Schritt gewesen in Richtung wirklich nachhaltige eigene Ideen, eigene Ansätze in Gebäuden über das Thema Energie kommt. Also über das Thema Wärmerzeugungsanlagen. Auch in puncto Smart Metering zum Beispiel. Das heißt, wie messe ich Energieverbrauch und wie kann ich ihn damit vielleicht sogar reduzieren und irgendwo so ein bisschen stärker im Blick behalten. Was für Systeme im Kontext, ich sag mal Gebäude, Automatisierung baue ich ein. Und dann immer wieder auch Wärmerzeugungs- und Strom bezogen. Und da sind viele Gedanken irgendwo daraus entstanden. Irgendwann hat man gesagt, komm, das machen wir jetzt selbst mit der EZE. Wir haben die Projekte, wir haben die Heizungen, die irgendwo gebaut und auch in Anführungszeichen dann betrieben werden müssen. Also versuchen wir es mal. So sind wir damals losgelaufen und haben jetzt das Ziel, tatsächlich unsere Objekte nicht nur selbst im Contracting zu haben, sondern das hat die EZE als klaren Auftrag und sie macht es wirklich, mit Georg Kochanbopolo als Geschäftsführer zu schauen, dass wir versuchen, in unserer Werkte, die ja auch, wie es der Projekt für Entwicklung immer ist, wirtschaftlich getrieben sind, das Thema Innovation im Kontext der Energiegewinnung momentan fließen zu lassen. Also Nachhaltigkeit nicht nur als Wurz, sondern gelebte Wirklichkeit. Wie gesagt, ich sage es ja zu Anfang, das eine sind hehre Ziele und wenn man dann 70, 80 Prozent davon nur erreicht, dann sind wir schon total glücklich. Leider nie 100 oder leider sehr selten 100 Prozent, sagen wir es mal so, aber wir versuchen es. So, dann bleiben wir mal kurz beim Thema Nachhaltigkeit. Ich war jetzt hier auf der Suche nach dem Gingo, der direkt vor der Tür stehen soll. Was hat es denn mit dem auf sich? Der Gingo sollte gegossen werden, habe ich vorher gehört, weil es warm wird. Der steht tatsächlich vor dem Kopf von dem Gebäude. Und der Gingo ist im Prinzip das Geschenk gewesen, das Juli für die Awardgewinnung, auch schon Ende 19, also fast anderthalb Jahre her. Was war das für ein Preis und wofür habt ihr den bekommen? Das war der Young Leader Preis, wenn man so will. Und das war im Prinzip, jetzt ohne es abzulesen oder ohne es nachzugucken, das war der Preis im Prinzip für junge Köpfe in der Medienbranche, die, ich glaube, man kann es salopp sagen, irgendwas aufgebaut haben, irgendwas auf die Beine gestellt haben. Und den habe ich Ende 19 bekommen. Okay, dann hast du ja 20 nochmal gut nachgelegt. In der Danksagung steht auch, dass die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben wird. Das führt mich dann natürlich auch zu meiner Frage, welche Niederlassungen werden denn dieses Jahr so gegründet? Ja, gute Frage. Ja, Erfolgsgeschichte fortschreiben, der hört sich immer so witzig an. Am Ende des Tages machen wir nur das, was uns Spaß macht. Und wenn das dann auch gut funktioniert, macht es irgendwie umso mehr Spaß. Und das Witzige ist auch immer wieder, wenn wir jetzt zurückschauen, wo du sagst, letztes Jahr ist viel passiert, total. Das ist doof ist nur, wir haben letztes Jahr keinen Erfolg gefeiert wegen Corona. Und wir sind eigentlich ein Unternehmen, was auch von der Kultur her sehr gerne mal irgendwo zusammensitzt, zusammensteht und irgendwo mal auf Dinge mal anstößt oder auch zumindest mal so den Moment irgendwo genießt oder wir versuchen den Moment mal zu genießen. Und das ist letztes Jahr wahnsinnig kurz gekommen. Und die ganzen Themen sind irgendwie so abgetaktet durchgelaufen. Das war auch cool. Eine Rückschau kann man wirklich sagen, wie du jetzt gerade auch. Also vieles von dem war mir jetzt heute gar nicht mehr so bewusst auf letztes Jahr gesehen, was da alles passiert ist. Aber tatsächlich ist einiges passiert und irgendwie müssen wir gucken und hoffen, dass wir uns dieses Jahr zumindest in Teilen mal irgendwie anfeuer, anstoßen können oder dazu anstoßen können und feiern können. Okay. Niederlassungen. Ja, gute Frage. Gerne noch viele. Jetzt kannst du von mir die realistische Aussage hören, die sehr gemäßigt sein wird oder so ein bisschen meine Vision, Schrägstich, meine Träumereien, könnte der... Na, erstmal das Realistische und dann obendrauf die Vision. Also das Realistische ist tatsächlich, wir wollen in den Süden irgendwann. Ich glaube nicht, dass wir es dieses Jahr schaffen werden, weil wir jetzt erstmal dabei sind. Und das ist uns immer sehr wichtig gewesen. Und da arbeiten wir jetzt schon seit Monaten wirklich aktiv dran, das Thema Strukturen nachzuziehen. Ein Projektentwickler lebt immer so ein bisschen von Opportunismus, das ist klar. Aber wir versuchen auch das, was wir tun, immer wirklich mit Hand und Fuß zu machen und sind dabei. Wir haben eine zweite Management-Ebene aufgebaut, wir haben eine dritte Führungsebene aufgebaut. Wir sind ganz stark daran, Prozesse zu strukturieren und irgendwo auch mit den Standorten ein Doing zu finden, was nicht so ist. Was machst du in Hamburg? Was machst du in Frankfurt? Ach, ihr könntet ja miteinander reden, sondern irgendwo eine Einheitlichkeit reinzubringen, Effizienz reinzubringen. Und das ist wahnsinnig viel Arbeit, merken wir. Macht auch Spaß, wenn es dann wirklich das Arbeiten leichter macht. Man merkt, oh, guck mal, man kann irgendwie dem oder dem irgendwie das Handwerk ein bisschen leichter machen. Aber dieses Jahr werden wir, glaube ich, das Standortentwicklungsthema ein bisschen ruhiger angehen. Da müssten wir schon sehr schnell vorankommen mit den Strukturen und das nehme ich jetzt erstmal nicht an. Aber wir würden total gerne im Süden perspektivisch. Und Süden heißt erstmal Süddeutschland und dann vielleicht sogar auch ein bisschen die deutschen Grenzen verlassen, weil es natürlich immer auf das Produkt schaut, was wir realisieren. Erstmal kleines Wohnen, auch Quartiere. Natürlich auch noch andere Länder, wo das irgendwo funktioniert. Also Expansion nach Österreich oder? Also ich habe mir sagen lassen, dass der österreichische Markt, der Wienermarkt auch sehr hart umkämpft ist. Und ich glaube gerade in einer nicht ganz einfache Zeit durchlebt in diesen Tagen. Oder konkreter darauf einzugehen. Tatsächlich könnte das eine Idee sein. Mein persönlicher Traum ist so ein bisschen vielleicht eher von hier aus Leverkusen nach links zu gehen, auf der Karte nach Westen, nämlich Richtung Holland. Finden wir, sitzen wahnsinnig tolle Architekturunternehmen erstmal oder Architekturbüros erstmal. Und zum anderen wirklich noch Städte, die hier sehr nah dran sind. Kircht und Politik. Das heißt, wir lassen von zwei Stunden erreichbar werden. Und wo das Thema studentisches Wohnen, kleinteiliges Wohnen, Aufstrebung des Produktes, plus ich noch eine Entwicklungsfähigkeit von Städten habe, die vielleicht hier teilweise irgendwo so ein bisschen an ihre Grenzen kommt. Und man sagt ja dem Land nach, dass da die Zusammenarbeit mit den Behörden sehr, sehr, sehr viel besser funktioniert als in Deutschland. Weil die meistens ja irgendwie halbtags noch einem richtigen, in Anführungsstrichen, Job nachgehen. Ja, ich schräg sprich, wir haben da auch echt viel gehört. Wir machen nämlich, wir haben vor Corona, da sind wir schon wieder, jedes Jahr eine Architekturexkursion mit der Firma nach Holland gemacht. Haben auch wirklich einige Büros, mit denen wir jetzt viel und vermehrt zusammenarbeiten. Und meine absolute Lieblingsstadt auf dieser Welt ist Rotterdam. Also das ist, mich kriegt keine andere Stadt so sehr gefangen wie die. Die vereint das Maritime von Hamburg, hat aber noch den Großstadtflair von Frankfurt und noch irgendwie die Kreativität vielleicht von New York. Also es ist wirklich ein absoluter Traum. Und seit 2014 bin ich, glaube ich, regelmäßig, also mindestens ein Jahr in Rotterdam gewesen. Und wenn man die Stadt beobachtet, was da passiert ist an Gebäuden, an Architektur, aber auch an Infrastruktur, das ist Wahnsinn. Also es ist einfach nur beeindruckend. Dann verabreden wir jetzt hier, wenn ihr dann nach Rotterdam geht. Dann komme ich mal zu Besuch in eure Niederlassung. Tim Mann-Gartenmeyer, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com. Das war der Immobilieros-Podcast.